und herzlich willkommen zurück zu let's play terraria was machen wir heute hat ein faden verloren ach so ja erst mal wollte ich die kisten ein bisschen aufräumen aufräumen nicht ein bisschen umordnen bisschen mit dem terminator rumexperiment nein nicht experimentieren spielen praktisch in den dschungel bisschen befrieden da kann auch noch was die obligatorische quick stack auch hier natürlich auch wir allein irgendwo mal die steine loswerden weil das ist voll hier so aber noch mehr steine gut im prinzip brauchen wir das auch nicht mehr quick stack so das können wir noch mal behalten das ist eine bottle ja auf jeden fall so gut hier habe ich noch eine fehler in der dash da passt gut dass man hier die positoren und blut oder oder so ja ja nur die positive euren teil um nur die prozent 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 Loot All, 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 Loot All und kein Loot All mehr. So, jetzt habe ich nämlich das erreicht, was ich wollte. Loot All. So, erstens, das ist natürlich wieder alles durcheinander. Können wir was irgendwo drüber packen, dass das, ja, so, da ist es weg. Das sieht man auch, doch, das sieht man angezeigt. Hm, sieht ein bisschen doof aus. Wohl. Nö, nö, nö. Safe. Ja. Glühschow. Magik-Mirror. So. Die Uhr. Sieht man den? Geht der erst irgendwo? Gut. Platz gespart. So. Gut, das hätten wir schon mal. Äh, jetzt hole ich mir nochmal den. Ja, nicht die Tür vor der Nase zu knallen, wenn wir da runter wollen. Das sollte erst mal reichen. Ein kleines Terminator-Zeugs. Und nehme ich überhaupt auf mit Fraps? Ja. 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 Ja, das reicht schon. Tja, leider mit der 1.2.3-Version wurde mein Vorschlag auch noch nicht implementiert Sterb, danke Eingebaut, whatever Das heißt also, wir müssen immer noch manuell alles rückgängig machen Also, ja, alles zu weit rückgängig machen und hoffen, dass es irgendwann doch mal gemacht wird So, hier geht's Aua, achso, da ist ein eigenes Stachelding ins Rad Mann, nervt Ähm, so Ja, da ist es schon wieder Da höre ich das schon Oder zumindest so tue, als würde ich es nicht wissen Ach, ist ja auch egal Oh Mann Äh, ja, weiter, ähm, Dings Ah, hier noch Musik Äh, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe Arsch Äh, es gab, ja doch, ich hab's glaube ich erwähnt, aber ich erwähne's halt noch mal Es gab ein Bug übrigens, wo ich gerade im Dschungel bin Das Der BZOA Statt vom Äh, von Oh, ne, manche, dass viele Fischer die hinwerfen Äh, statt vom Von Von Moss Hornets, also von den Hardmode Hornetsen Vom Steampunker getroppt sind Ach, die Stacheln, ja, egal So, in den Dschungel-Tempel wollten wir noch nicht So Mann, ist das blöd Versuchen wir mal damit nachzugucken Da ist irgendwas Oh, jetzt hat die Musik auf Äh, Musik Musik auf Das ist gut Ich wollte jetzt Oh, da ist ja auch Oh, ich kann nicht kurz Ja, und da kommt man zum Vieh Und überhaupt Hast du nicht gesehen Ähm, hallo Erstmal einen Schluck Kaffee trinken So So, weiter geht's Mit dem Terminator Gut 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 Äh, achso So, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen 5 So So, weiter, noch mal gucken Von unten Okay, die Schluck mal hinwegeln Escape ja genau jetzt gehe ich dass man mal vollgeheilt ist und so dass sie immer noch ihre stacheln abschießen dabei egal weiter ach so ja wie gesagt jetzt diese hornissen droppen jetzt seit pet 1.2.3 den b zua vorher hatten sie es nicht gemacht weil halt ein bug war was ist stattdessen der steampunker gedroppt hatte ja egal weiter nicht lang warten die normalen hornissen haben es weiterhin gedroppt aber naja gut im hardmuth ist halt nicht mehr so gut davon ach so ja egal nicht sicher oder sicher bekämpfen irgendwo hat sich das auch noch verbreitet so irgendwas wundert mich gerade äh increased damage magic damage increased magic damage movement speed increased magic damage mit dicker striketern und mit magic damage allerdings der mannach verbrauch wohl nicht reduziert weil der deswegen habe ich auch so schnell als mannach weg nervig nervig aber was ich schon 13 minuten hier drin rum ja ich weiß nicht die haben wir schon auch ein echt saulange bis die mal tot sind naja gut und da haben wir ja wieder was ist also stacheln und so ich gehe mal langsam nein nach oben so ich hoffe das reicht fürs erste mal langsam ist mir echt zu blöd mit dem immer wenn wir den dschungel zurecht machen so jetzt haben wir noch neun ach komm die können wir auch noch irgendwo verbraten dann sind sie weg ja meine herren von fresse und überhaupt meine fresse meine ich was ist schon wieder meine Aule aus? ja genau Aule ja viel zu viel mannach verbrauch ja einer kommt nicht so ne blöde dings angesprungen schnach schnach nein nein So, Englwettel muss nicht sein. Und natürlich auch irgendwo noch Mobs, die nerven. Gut, gehen wir raus hier jetzt. Ist lange genug rumgekaspert hier. Ah ja, genau. Einmal gegen die Decke. Ich hätte das natürlich auch wegbohren können, aber jetzt ist auch scheißegal. Wahrscheinlich kann man von... Ne, kann man nicht. Von oben kann man nicht durch. Ja, genau so eine Topelkante da. So, hier war irgendwo... Da. Gut, reicht. Dann Terminator, later, 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 later. Nicht Exit. Sondern das auch nicht. So. Äh, ja. Lieber Soho. Liquidstack. Und auch wirklich Quickstack und nicht irgendwas anderes. Einfach mal durch Quickstacken. Ich hoffe, ich habe Quickstack gemacht durch Deposit All oder so. Äh. Wobei bei einer vollen Kiste ist das relativ wurscht. Relativ wurscht. Klicks Deck. Okay. Diesen Meat Grinder finden wir auch zigtausendmal. Sooo. Hier waren keine. Da. Quickstack. Ach, die sind jetzt... Oder waren schon immer stapelbar. Wie auch immer. Äh. Irgendwo müssen wir noch bisschen diese zerflatterten. Dann kriegst Deck. Wollen wir nicht irgendwo auch Spinnweben? Nee. Wollen wir denn in die Herzen wieder mehr? Wollte schon wieder sagen Herzcontainer. Aber das hat ja nichts mit Zelda zu tun. Äh. Da waren die Spinnweben. Juuuut. Dann... Ja. Oh. Oh. Wo hab ich das überhaupt hingepackt? Mann, Mann, Mann. So. Juuu. Schön Sachen gemacht. Nochmal ein Gäffchen trinken. Wir haben erstmal... Cloudwall werden wir nicht brauchen. Vorerst nicht. Aber ich will diese große Wolke schon mal dicker machen. Zumindest ein bisschen so schrittweise. Mal gucken wie viel und bla. Äh. Ja. Genau. Bla vor allem. Cloudwall brauchen wir erstmal nichts. Naja. Ich wollte noch was probieren. Äh. Einmal suche ich. Brauch ich denn die Einmal? Da. Water Bucket. Wollen wir noch irgendwas Dreckmäßiges? Drag. Ach komm. Nehmen wir da den angebrochenen Stack Steine. So. Das geht nicht nach... Doch. Das geht nach oben in unsere Hütte. So. Diese Wolke wollte ich mal kurz... So geht's auch. Hm. Nehmen wir mal Steine als... Blöde Schildkröte. Spitz. So. Äh. 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 Weiter geht's. Und da braucht noch Dreck. Und erst mal kleine Mölkchen höher setzen. Mal gucken ob man mit irgendwie größerem Wasser... Pool da... ob das weiter fließt da unten. Äh. Äh. Machen wir mal ein größeres kleines Wölkchen draus. So. So. Hm. Machen wir schon rumexperimentieren, so, ja, äh, so, äh, so, gibt ja auch diese von unten, die ja noch alle bau, böcke, genau, blöcke, ja, schon mal nicht schlecht, äh, jo, danke, so, nur ein bisschen dicker machen, wo das Wasser anfängt und dann, hm, nicht ganz so gleichsmäßig, so, wie auch immer, irgendwie so, ähm, oh, put, 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 ach, jetzt geht das nicht weg, äh, ja, Wasser und so, ach, ein bisschen verpeilt hier fast, na, geht, muh, äh, ne, okay, so, water, argh na, ich hasse es, na, endlich mal tot, so, weiter geht's, ja, wie auch immer, so, jetzt sind es mal genug Viecher hier, die uns genervt haben, hörlich, mal abschätzen bis dahin, bis dahin etwa, bisschen höher machen, die und dann mehr was er bringt ja gut denn es ist eben so Doch, das können wir einfach abschöpfen. Wenn wir nicht daneben fallen. So. 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 So.